So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Best of, in diesem Fall Februar. Wie auch schon in dem letzten Video, frage ich dieses Mal wieder und das könnt ihr dann auch wieder in die Kommentare schreiben, weil das ist, wie ich im letzten Video schon erwähnt habe, für das Best of am Ende des Jahres, was ich dann rausbringen werde als eine Art Silvester-Special. Und auch hier wünsche ich wieder euer Feedback in den Kommentaren, welches denn das beste Werk für diesen Monat, in dem Fall Februar, war. Und damit sage ich jetzt an dieser Stelle Film ab! Oh, Ryukes! Oh, Ryukes! Oh, Ryukes!